Henry Thule, das Mitmachbuch. Ein ganz besonderes Buch, was die Aufmerksamkeit von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen an sich zieht. Dieses Buch ist so, wie es sich im Titel nennt, zum Mitmachen. Und es fasziniert einen immer wieder, dass ein Buch tatsächlich das macht, was man ihm sagt. Drücke auf den gelben Kreis und blättere die Seite um. Jetzt drücken wir und schwupps, es passiert etwas in diesem Buch. Schön. Und jetzt drücke noch einmal auf den gelben Kreis. Das mache ich jetzt nicht, sondern ich springe gleich ein bisschen weiter nach vorne, denn es passiert immer mehr in diesem Buch. Kannst du das Buch jetzt ein bisschen schütteln? Wir schütteln das Buch, wir rütteln das Buch und schon sehen wir, dass die Farben und Kreise durcheinander gebracht worden sind. Nicht schlecht. Jetzt noch ein bisschen kräftiger schütteln. Und ganz am Ende des Buches sehen wir wieder den bekannten gelben Punkt. Bravo! Fangen wir noch einmal von vorne an. Wer Lust und Zeit hat, kann dies gerne tun. Denn drücke auf den gelben Punkt und blättere um. . . Spannungsgeladene